Hey und herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf dem Kanal. Und erstmal sorry, ich hatte ja gesagt, dass es jetzt drei ASMR, wie es die Woche geben soll. Nur durch ein wenig Krankheit und alles hat das Ganze die letzten anderthalb Wochen nicht geklappt. Aber ab nächster Woche geht es dafür richtig los. Und heute gibt es mal wieder ein Gaming ASMR Video. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich eine Runde Happy Wheels spiele. Denn ja, Ton ist natürlich aus. Aber dafür gibt es natürlich ein paar Keyboard Geräusche dazu. Und ich hoffe es gefällt euch und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich habe jetzt mal, wir machen mal auf Anytime und bei Waiting auf die höchste Einstellung. Mal schauen, was da so kommt. Nehmen wir mal, was könnte man denn so nehmen? Glaslevel. Komm. Versuchen wir das mal. Mal schauen, wie das klappt. Ich musste mich erstmal wieder rein... Oha. Reinfinden. Ja. So, ich komme jetzt schon nicht da durch. Okay, komm. Und drei, zwei, eins und hopp. Hopp. Dadurch und auch dadurch. Das ist ja easy hier. Ich glaube Takt. Oh. Na gut, das sieht nicht ganz so schön aus mehr. Okay, doch. Nee, 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 nee. So, da drüber. Bottle. Zwei, vier, sechs, acht, sechzehn. Kriegen wir auch. Zack. Was kommt jetzt? Achso, einfach schnell drüber. Go, 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 go. Easy. Wieder Bottles. Weg mit denen. Weg mit denen. Weg mit denen. Dadurch. So. Okay. Ja, wird auch einfach. Zack. Einfach durch da. Wiederum kriegen wir auch weg. Ganz easy für uns. Wir können das ja. Glas voll. Okay. So. Lassen wir uns mal fallen. Oh, sorry. Ne. Also. Ich würde mal behaupten. Ich hab's drauf. Exit to menu. Und könnte man den noch so nehmen? Jetboy 2. Mal schauen, was das ist. Forward, backward, and jump. Okay. Hop. Hui. What the fuck? What the fuck? Warte mal, was vorwärts, rückwärts ist. Ah, ich verstehe. Aber. Okay. Unterm Strich ist es egal, wenn ich rückwärts drücke und springend drücke, läuft der trotzdem vorwärts. Guckt. Ich drück rückwärts und der geht nach vorne. Ja, ihr könnt doch alle nichts. Ihr seid doch eher schwach. Können die mir überhaupt irgendwas? Komm einfach durch. Autsch. Was war das denn für eine Scheiße? Muss ich einfach mal so sagen. Ich fand übrigens manche Kommentare unter meinem letzten Video sehr interessant. Also da gab es ja welche, die fanden das gut. Viele kamen natürlich dann auch wieder für die Klicks gemacht. Oder in Schwachsinn. Sorry, aber naja, gut. Spikefall. Oh, da bin ich immer schlecht drin gewesen. Komm. 3, 2, 1 und Ui. Ja, ja. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Schade. Restart Level. Also ein bisschen weiter. Oh, das war zu weit. Das war zu weit. Ja, das war zu weit. Nochmal. Jetzt und hopp. Oh, das war schon wieder zu kurz wahrscheinlich. Komm. Aber immerhin awesome. Ich bin schon mal awesome. Ein Stück schneller zu weit. Ja, komm, komm, komm. Oh, schade. Oh, schade. Hoppa. Ja, komm, komm, komm. Schön. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Der war nicht gut. So, aber jetzt. Komm, bitte, 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 bitte. Ja. Oh, der war schlecht. Ja, man hat mal das Gefühl, der war gut. Aber dann war der nicht gut. Gott, ja, ich bin ein Gott. Ich weiß. Bitte, 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 bitte. Komm, du schaffst das. Ich glaube an dich. Mann, das ist so bitter. Das ist richtig ärgerlich. Komm, noch zwei Versuche. Ach, der war schlecht. Noch einer. Das ist der letzte Versuch jetzt. Oh, der war ganz schlecht. Ja, okay, noch einer. Nee, das zählt nicht. Noch einer. Oh, der war schon wieder so schlecht. Oh, ich bin aber ohne. Was ist das? Wow, nee, nee, nee. Nochmal. Und runter. Ach, nee. Lass mich da durch. Okay, mit Champion kann ich mich anfreunden. Ist okay. Jet one. Go, go. Ach, du Scheiße. Okay. Jawohl, easy. Ja, easy. Ach nee, jetzt kommt das easy. Ey, mein Kopf. Medium. Komm, hau weg das Ding. Schön. Hard. Zack. Ja, ist doch einfach. Very hard. Ach, von wegen very hard. Experte. Zack. Bro, Gott, ETC. Ja, wohl. Was kommt denn jetzt? Uah. Erster Versuch. Easy peasy, würde ich meinen. Aufnahmen laufen. Ja, das ist schon mal schön. Drei verschiedene Aufnahmen. Die Kamera. Outer City. OBS. Das kann ich alles wieder zu synchronisieren. Das ist schon wieder ein Traum. Zumal ich merke, wie mein Hals schon wieder zugeht. Ten Ways to Die. Was ist das denn? Please wait. Obwohl, ich sehe gerade nichts. Sorry, jetzt sehe ich was. Was ein Zor-Spiel, ey. Das Assi. Ups. Zack. Wow. Wow. Ja. Ja, warum nicht, ne? Ja, so geschenke ich meine Kinder später auch mal. Auf Toilette bist du definitiv safe. Okay. Ja. Gut. Ich meine, warum nicht, ne? Aber Speed One. Ja, go, go. Hopp. Oh, hopp. Oh, der war irgendwie schwach. Hopp. Komm, fah. Fah. Was ist zum Teufel? Kann man doch irgendwie einen Speed kriegen? Fah. Warum? Nein. Mann, nein, warum? Das kann nicht wahr sein. Ich brauche mal eine Nase. Aber schon wieder geschafft. Ja. Ähm. Machete. Warte, Satellen. Oh, geil. Ich kann den Knopf zwar nicht mehr. Doch, da. Easy. War geplant. Zack. Hopp weg. Zack. Zack. Oh, oh, oh. Ich mich selber töten. Ja. Doppelkühl. Oh. Jawohl. So läuft das ab hier. Throw yourself. Okay. Okay. Oh, 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 oh. Konnte man sich nochmal losreißen? Was mit Z? Ui. Tschüss. Oh. Nochmal. Okay. Go, go. Widget. Und alle hopp. Ich fliege. Oh. Okay. Ich bin da nicht gut für. Vergessen wir das. So, was nehmen wir denn mal als nächstes? Blockfall Challenge. Okay. Danger. Safe. Okay. Come on. Oh, nein, 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 nein. Tap R, ja. Das weiß ich. Alle hopp. Ich komme da gar nicht von der Stelle. Hallo? Hallo? Ich komme da nicht von der Stelle. Aber es geht auf Fahrzone. Ja, du fährst so. Hopp, 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 hopp. So. Oh nein, ich bin nicht safe. Wahrscheinlich muss man einfach nur die ganze Zeit nach vorne gedrückt halten. Und springen, springen, springen. Okay. Okay. Ich komme hier nicht weiter. So, safe. Und alle hopp. Hopp. Ich will das schaffen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Verkackt. Verkackt. Alle hopp. So, und alle hopp. Oh, scheiße, das ist zu langsam. Das ist zu langsam. Das ist ganz viel zu langsam. Nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Alle hopp, alle hopp. Und stopp. Oh, scheiße. Fahr, fahr, fahr. Fahr, fahr. Das ist wieder hoch. Nein, nein. Einfach durch, einfach durch. Einfach easy peasy durch. Zack, zack, zack. Warum? Warum? Wie assi einfach nur. So, alle hopp, alle hopp, alle hopp. So, einfach jumpen, hopp. Schön. Schön. Zack. So läuft der Hase. Sag mal, nur noch eins. Böwe Bottle Flip. Oh, nee. Im Ernst jetzt. Okay. Ja, schön, ne? Easy. Okay, was eine Scheiße. Weg damit. Ähm, 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 ähm. Okay, nein. So. Ja, 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 perfekt. Bin ich der Boss. Was immer da steht. Ich kann hier gar nicht lesen. Okay, okay. Okay, you suck. Ja, 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 ja. Ist okay. Warte mal. Trick 17. Ui. Scheiße, okay. Das klappt so nicht. Hopp. Ach, schon wieder zu kurz. Nochmal. Ah. Ach, scheiße. Alle, hopp. Ja, das ist perfekt. Perfekt. Ach, bin ich ein Profi, aber auch einfach. Hm, nee. Furchtbar. Furchtbar. Mein Little Ohr. Nee, komm, mach mal noch so ein Wort. Das Wortfro. Hopp. Was kann man denn hier alles machen? Ja. Ja. Na, das finde ich scheiße. Auf Dauer. ARP. RPG. Ey. Ich kann hier gar nichts mehr machen. Wartet mal. Nochmal neu. Ja. RPG. So. Piu. Nein, YouTube. Bitte mich nicht abschießen. Boah, die haben was gequatscht mal. Vielleicht. Easy. Ich brauch gar nichts machen. Die töten so oder so alle. Hilfe. Ey, nicht mich töten. Hallo. Stopp. Weg hier. Nein. Der Weihnachtsmann lebt noch. Weg damit. Okay, vergisst es. Raus da. Das war's auch schon mit diesem Gaming-Video mal wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mir gerne andere Spiele in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut herein. Bis dahin. Einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Ciao. 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 . Ciao.